Der niederbayerische CSU-Politiker Max Straubinger hat mit einer Äußerung für Aufsehen gesorgt. Er forderte gegenüber Medien die Abschiebung von Flüchtlingen aus Syrien. Und zwar zurück in deren Heimat nach Syrien. Begründung, nicht überall in Syrien werde gekämpft. Es gebe auch in Syrien Regionen, in denen man leben könne, meint Straubinger.